hallo an alle messerfreunde ich habe post bekommen hier ein paket von meinem messergeschäft des vertrauens und es befindet sich hier ein messer drin was ich für meinen sohn gekauft habe mein sohn der hat bis jetzt zwei messer das einmal so ein fix plate von herberts in der kinderversion und einmal das kinder messer von wenger und jetzt wollte unbedingt mal ein richtiges messer haben also eine erwachsene messer und da musste ich gar nicht so lange überlegen was es sein kann nämlich es soll ein opinel sein und das ob er ist hoffentlich hier drin schauen wir mal da haben wir das gute stück geht noch ein bisschen weiter das passende etui soll es nämlich dann auch noch sein verpacken zur seite bin ich doch mal gespannt wie sich das ganze macht das ist ich glaube das meistverkaufte opinel also was die größe angeht das nummer acht und hier etwas anders als man das meistens vor findet nämlich mit einem schaft aus olivenholz und nicht aus buchenholz wie es ja üblich bei opinel ist ich muss jetzt sagen auf den ersten blick so groß ist der unterschied gar nicht ich meine es hängt ja immer davon ab wie die maserung des olivenholzes ist also wenn man sich auskennt sieht man schon dass es olivenholz ist aber ich habe einige olivenholz messer und da geschieht mir jetzt das holz muss ich sagen auf den ersten blick auf den ersten blick besser aber egal ich liebe olivenholz als als griffschale und ich dachte dann wäre das auch genau das richtige für meinen sohn das achter ich weiß da brauche ich nicht mehr viel zu sagen das kennt jeder ich habe hier die die inox variante also sprich die rostfreie variante gewählt eigentlich liebe ich bei opinel die kohlenstoffklinge ist auch in den meisten fällen der hier überlegen also gerade was schärfe angeht und nachschleifbarkeit das geht mit der hier natürlich auch ganz gut aber mit der kohlenstoffklinge wesentlich besser das spielt aber für dem für den einsatz hier keine rolle nämlich ganz im gegenteil das messer soll ja gar nicht so scharf sein und hier werde ich etwas machen was ich normalerweise nicht tue ich werde das messer weil opinel hat ja eigentlich eine ganz gute werksauslieferung schärfe ich werde es glaube ich noch ein bisschen bisschen stumpfer machen halt euch die ohren zu aber nicht jetzt und hier ich probiere aus wie scharf das messer wirklich ist das kennen wir ja genau so scharf so scharf wie wir es gewohnt sind okay es könnte noch schärfer sein aber es ist immer noch für meinen geschmack ein bisschen zu viel also auch das hier lässt sich natürlich so als empfehlung für euch ich weiß es gibt auch ein kindermesser von opinel das ist aber stinke langweilig das wollte mein sohn auf keinen fall haben aber das schöne ist also auch die verriegelung die lässt sich von kinderhand super bedienen das ist ganz ganz einfach schnappt ihr auch nicht zu also kein detail das optimale jugend oder kindermesser und natürlich auch für erwachsene also ich überlegen ob es nicht doch behalten soll ein spaß dazu sollte es dann ein etui sein was dem opinel gerecht wird und hier haben wir einen leder etui von opinel und das ist so ein etui was so ziemlich für alle größen passen soll also auf jeden fall 7 8 9 das alles da rein ich bin mal gespannt wie sich das opinel in dem etui macht beziehungsweise wie es reinpasst also ich habe gerade mal dran gerochen weil jeder prüfe ich prüfe ich immer wie starkes richtig kann es nämlich nicht haben wenn es irgendwie so nach nach chemie riecht also natürliches leder ist mir immer liebsten wenn es geht sogar pflanzlich gegerbt das geht hier nicht raus hervor aber ich kann euch falls ihr auch interesse daran habt sagen es riecht wirklich nur sehr schwach ok dann stecke ich es mal ein es passt rein das passt komplett rein jetzt weiß ich auch warum größere messer auch ein passen von opinel hier oben ist nämlich noch reichlich platz ok das tut der sache kein abbruch das ist zweckmäßig ich hätte mir aber gewünscht dass hier noch einen knopf dann druckknopf weiter unten angebracht wird also so dass man das weiter unten schließen kann oder halten anderes eine andere variante wie man es schließen kann die klettverschluss oder wie auch immer oder zum stecken gibt es das ja auch dann genau das wäre vielleicht sehr schön wir hier laschen drüber gezogen wäre dann hätten wir so weit runter ziehen können wie man möchte das ist hier ok aber nicht perfekt ein großer gürtel passt auch auf jeden fall rein das ist ja schon mal viel wert sehen kann ja da passt auch ein großer gürtel rein super das fühlt sich auch gut an das leder eine schöne kombination opinel olivenholz nummer acht mit einem leder etui von opinel man muss natürlich dabei sagen dass das leder etui ich muss jetzt noch mal nachschauen aber ich glaube das doppelte kostet wie das messer selber das muss dann jeder selber entscheiden ob es ihnen wert ist oder nicht also opinel ist einfach wieder ist immer wieder schön ich habe es ehrlich gesagt lang länger keins mehr besessen oder in der hand gehabt aber so einfach so genial ist aber auch das konzept von opinel toll und das olivenholz ist wie gesagt nicht sehr stark ausgeprägt dass man es auf den ersten blick sieht wow das ist aber mal was ganz anderes aber es ist und bleibt halt olivenholz und ich liebe olivenholz ich liebe ja oliven und olivenöl warum kein olivenholz das passt halt zusammen sehr schönes messer ich werde es mal noch wiegen also in der olivenholz variante ich weiß keine ahnung was es im buche wiegt wiegt das messer das nummer acht 48 gramm und zusammen mit dem etui 72 gramm das sollte erträglich sein sehr schön tolles leichtes messer scharf stabil schön einfaches konzept ein richtiges schönes alltagsmesser im positiven sinne das soll es sein habt eine gute zeit ich wünsche euch viel freude mit euren messern bis demnächst euer alexander